Hallo, mein Name ist Peer. In Zukunft müssen Sie als Unternehmer eine Liste an Interessenten und Kunden haben. So können Sie jederzeit auf Knopfdruck und kostenfrei Ihre Angebote bewerben. Damit sind Sie nicht nur sehr effizient, sondern Sie sparen auch viel Zeit und Geld und Ihr Unternehmen bleibt so auch in Zukunft Wettbewerbsweg. Wenn Sie genaueres erfahren wollen, klicken Sie und holen Sie sich den kostenlosen Report für Unternehmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017